Produkte-Ratgeber-Blog.de Günstiger Online-Einkauf mit den richtigen Informationen In dieser Präsentation geht es um den Einbaukühlschrank Orenje RI 4092 AW Diese Inhalte erwarten Sie in der Präsentation Herstens Allgemeines Zweitens Verarbeitung und Handhabung Drittens Extras und Besonderheiten Viertens Fazit des Tests Fünftens technische Daten Sechstens aktuelles Sparangebot Der kleine Einbaukühlschrank ohne Gefrierfach Gorenje RI 4092 AW ist mit den Maßen 54 cm x 87,5 cm x 54,5 cm in jede herkömmliche Küchenzeile voll integrierbar Das Gerät punktet mit einem funktional und übersichtlich gestalteten Innenraum Mit 145 Litern Rauminhalt im Kühlteil bietet er auf den vier Abstellflächen aus Glas ausreichend Platz für die unterschiedlichsten Lebensmittel Besonders benutzerfreundlich sind die geräumigen Fächer in der Kühlschranktür in denen Flaschen perfekt gegen Herausfallen gesichert sind Wie der Einbaukühlschrankvergleich beweist, ist der RI 4092 AW von Gorenje mit der A++ Energieeffizienzklasse ein echtes Stromsparwunder Wahrhaft leise zeigt sich der kleine Einbaukühlschrank mit seinen 38 dB Geräuschentwicklung auch bei voller Belastung Verarbeitung und Handhabung des Gorenje RI 4092 AW Der Gorenje Einbaukühlschrank RI 4092 AW überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung Er geht daher auch bei intensiver Nutzung keine Kompromisse in puncto Langlebigkeit und Robustheit ein Die vier Abstellflächen aus Glas, von denen drei Hüllen verstellbar sind, sowie die herausziehbare Schublade für Obst und Gemüse sind Garanten für eine übersichtliche Lagerung der Nahrungsmittel Der Einbaukühlschranktest belegt, dass das Befüllen und Entladen selbst bei voller Auslastung eine optimale Handhabung ermöglicht Der RI 4092 AW aus dem Hause Gorenje ist mit der Schleppdörtechnik konzipiert, wobei der Anschlag wechselbar ist Dies gewährt ein hohes Maß an Flexibilität beim Einbau Extras und Besonderheiten Der Gorenje RI 4092 AW Einbaukühlschrank überrascht durch einige Extras und avanciert dadurch zu einem wahren Spitzengerät So bietet die Innentürausstattung eine Flaschenablage für XXL-Flaschen, die dort ihren sicheren Stammplatz finden Die Abtau-Vollautomatik übernimmt zum richtigen Zeitpunkt ihre Aufgabe und sorgt stets für die richtige Innenraumtemperatur Unnötige Eis- und Wasserbildung an der hinteren Kühlschrankwand werden verhindert Wie der Einbaukühlschrankvergleich zeigt, tragen die hochwertigen Komponenten dazu bei, dass ein optimales Kühlergebnis erzielt wird Die perfekt angeordnete Innenbeleuchtung sorgt beim RI 4092 AW von Gorenje auch bei voller Auslastung für eine ideale Ausleuchtung Der kleine Einbaukühlschrank RI 4092 AW von Gorenje besitzt alles, was zu einem wahrhaft spitzenmäßigen Produkt einfach dazugehört Ausreichend Platz für eine übersichtliche Lagerung verschiedener Lebensmittel auf den vier Ablageflächen Außerdem geräumige Abstellmöglichkeiten in der Tür sowie ein enormer Stauraum in der Gemüse- und Obstschublade sind essentielle Kriterien für ein ideales Kühlen Jede Menge Punkte sammelt der Gorenje auch durch seine besonders leise Arbeitsweise sowie durch einen extrem niedrigen Energieverbrauch Wie der Einbaukühlschrank-Test zeigt, benötigt das Gerät lediglich geringe 95 kWh im Jahr Langlebigkeit, ein einfaches Handling sowie einige herausragende Extras sind weitere Belege dafür, dass der Einbaukühlschrank Gorenje RI 4092 AW ein perfekter Begleiter in jedem Hausfeld ist Technische Daten Gorenje RI 4092 AW Produktmaße 87,5 x 54 x 54,5 cm Leistung 50 Watt Nutzinhalt Gesamt 145 Liter Nutzinhalt Kühlen 145 Liter Nutzinhalt Gefrieren nicht vorhanden Energieeffizienzklasse A++ Geräuschwert 38 Dezibel Energieverbrauch 95 kWh pro Jahr Türanschlag wechselbar Unter dieser Präsentation finden Sie einen Link zu einem aktuellen Sparangebot für den Einbaukühlschrank Gorenje RI 4092 AW Energieverbrauch 95 kWh München